So, und weiter geht's mit meinem Let's Play zu Lego Fluch der Karibik und wir haben gerade unsere Crew rekrutiert. Wir sind komplett und könnten eigentlich so schon in See stechen. Aber wir müssen erst noch Teile von unserem Schiff suchen. So interpretiere ich das Symbol, oben in der Mitte zumindest. Und mal gucken, wo wir die finden werden. Jetzt sind wir wieder hier. Ach nee, das ist nur unser Ruderboot. Das Schiff haben wir ja schon, ne? Dachte ich doch auch. Die habe ich verdient. Die habe ich auch verdient. Haha, und den sowieso. Du Sack. An die Arbeit, ihr Landratten. Boah, wie sie sich vollfrisst, ey. Hier war ein paar Bosser in der Kajüte. Die Arme, Elisabeth Swann. Aha. Die Spanier kommen, vertreiben die Inkas oder die Mayas, eins von den beiden. Und reißen sich ihr Gold unter den Nagel. Doch das Gold ist verflucht. Und sie werden zu Zombies. Alle, die das Gold geklaut haben, werden zu Zombies. Und die Zeit vergeht. Und sie verstecken diesen Schatz an der Totenkopf-Insel. Die besten Inseln sind Totenkopf-Inseln. Und dann haben sie Jack Sparrow gemeutert. Den armen Kerl. Und sich wiederum das Maya-Gold unter den Nagel gerissen. Und das war ihr Fluch. Das ist ihr Fluch der Karibik. Wer sich an diesem Gold bedient, der ist verflucht. Und wird zum Zombie. Und das ist unser kleiner Bill Turner. Und von dem hat Elisabeth ihr... ...Goldstück. Was Barbossa allerdings nicht weiß, ist, dass sie ja nicht die Tochter von Stiefelriemen-Bill ist. Und sie deswegen für seine Pläne nicht ausreichen wird. Und wir haben Tortuga abgeschlossen. Was für eine Tortuga... Tortur? Tortugur? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Den Cotton haben wir freigeschaltet. Die Anna-Marie haben wir freigeschaltet. Und Marty haben wir freigeschaltet. Und... ...Ware Piraten sind wir nicht. Mal wieder nicht. Man muss aber ganz schön viel Münzen sammeln. Beim anderen war es einfacher. Ein paar Steinchen am Auge sammelt. Von den Dingern... Da haben wir, glaube ich... ...Eins gesammelt. Und einen goldenen Stein. Und wir setzen die Geschichte fort. Will ja wissen, wie es weitergeht hier. Oh, der arme... Der arme Jack Sparrow. Oh, wir haben die Black Pearl schon eingeholt. Cool. Immer die Schweine, ey. Die armen Schweine. Ich habe den Film anders in Erinnerung. Aber okay. Auch gut. Und schon wieder sitzt sie hinter Gittern. Und dann... Ich habe ihn nicht geholfen. Ich habe ihn nicht geholfen. Jetzt beichtet sie ihm, dass sie ihn mal als Kind auf hoher See gefunden haben und er dieses Goldstück um den Hals trug. Das verfluchte Piratengold. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff und das hängen wir mal an den Nagel. Okay, wir werfen Ballast ab, alles Unnötige muss raus, auch der Elefant genau, den brauchen wir nämlich an Bord nicht, außer uns gehen die Lebensmittel aus. Tschüss Anker, haha, eine schnelle Kurve, befreit ihn doch endlich, den Armen, okay, mhm, mhm. Hier gibt's Feuer und hier gibt's Kanonen und ich hab das Feuer grad wieder über Bord geworfen. Ich bin ja so klug. Wieder das Problem mit den Gegnern, ich weiß nicht, wer meine Gegner sind. Die sehen alle gleich aus, sag ich euch. So, jetzt, jetzt aber. Okay, jetzt können wir da Kanone schießen. Nein, du, du solltest doch hier, hm. Hm. Ich muss X drücken, gell? Okay, das bringt mir nichts, vielleicht. Mhm, das bringt mir auch nichts. Ich kann ja hier mal einbreit seiten. Was kann ich denn hier zerstören nun? Mit den Zombie-Piraten die Köpfe wegschießen? Hm. Aber wie oft muss ich die denn treffen? Der stirbt nicht, nee, das bringt mir nichts. Achso, ich muss gucken, in welcher... Ah. Okay, das war die falsche Zelle. Erst zwei davon entfernt. Mhm. Okay, die Zelle war's schon mal nicht. Jetzt verstehe ich das Spiel. Wir müssen für jede eine Kanone fertig machen. Das wird eine schwere Geburt. Okay, die Kanone ist auch schon fertig. Vielleicht schießt der Meister hier ein bisschen besser. Okay, und wir sollten drauf schießen, wenn er nicht drin ist, oder? Okay, zwei haben wir zerstört. Es ist wirklich eine Kanone pro Zelle erlaubt. Und ab ins Unterdeck. Das können aber keine bösen Piraten sein. Andererseits gehören sie auch nicht zu unserer Crew, weil das hätte ich mir gemerkt, weil wir nur... ...fünf Leute in der Crew haben. Naja, was soll's. Gucken wir halt mal, wie es weitergeht. Sinnvollerweise. Okay. Elisabeth's Sworn können wir auch spielen. Können wir vielleicht hier eine Kanone draus bauen? Das wäre ja phänomenal. Nee, können wir natürlich nicht. Ah, hier. Hier ist auch noch eine Kanone. Ach nee, nicht schon wieder rausgehen hier, Mann. Immer will ich A drücken. Okay, da war er auch nicht drin, weil ja klar, er ist ja bestimmt in der letzten Zelle, die wir zerschießen. Sonst würde das ja alles nicht sehr viel Sinn machen. Okay, die ist auch schon fertig. Dann machen wir das doch so. Bumm. Und zwei Zellen fehlen uns noch. Und hier ist... ...wieder ein kleines Rätsel. Mal sehen, was wir da machen müssen. Okay, hier können wir rumklettern. Oh, Tatsache. Das hätten wir sogar tun müssen. Und wir können sogar da drüben noch was bauen. Mhm, mhm, mhm. Okay, die Kurbel kommt da dran. Jetzt will ich sehen, was ich daraus bauen kann. Wahrscheinlich etwas sehr Sinnvolles. Ah, cool. Irgendwas. Ah, das ist die... Das ist die Bodenbefließung. Damit kann ich den Boden fließen. Oh, ein Schaukelbänkchen. Da setze ich mich jetzt mal drauf und mache eine Pause. Nein, wir müssen unseren Freund befreien hier. Keine Zeit für Pausen. Okay, am Ende gingen sie dann doch kaputt. Da könnten sich Fliesen drunter verstecken. Aber noch nicht alle. Ah, wieder hier oben. In der Ladung. Wieder schön sortieren. Und dann rübertragen. Und dann legen. Hier der gute Mr. Gips hätte auch... ...ein sehr guter... ...Fliesenleger werden sollen. Okay. Das bringt mir jetzt was. Ah, ich habe das Teil jetzt aufgemacht. Sehr schön. Irgendwas ist gerade umgefallen bei mir. Ich bitte das zu entschuldigen. Okay, das Kanonenrohr muss jetzt auf die... ...andere Ebene. Sehr schön. Ein guter Aufzug wie aus Ommas Tagen. Was macht ihr eigentlich? Weißt du, wir greifen hier ein anderes Schiff an... ...und ihr unterhaltet euch da und stinkt in der Ecke rum. Was sollen wir machen, ey? Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört. Ne, ich bleibe einfach mal hier stehen. Ja, die nächste Kanone, die nächste Kanone. Rote Rakete, rote Rakete. So, und jetzt nur einmal noch Feuer. weiter. Und noch Treffen. Und noch Treffen. Und noch Treffen. Und noch Treffen. Jetzt. Endlich. Jetzt ist er frei. Der gute Johnny. Die schießen mit Menschen. Schießt mit Fischen zurück. Wäre mein Vorschlag, den ich hier andern würde. Oh nein, die versenken uns. Das können die doch nicht machen. Das können die doch nicht machen. Mann. Nicht machen. So, jetzt sind wir unter Decks. Und hier mache ich ein kurzes, knackiges Folgenpäuschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.